das box spezifische laufen wird wie folgt gemacht das heißt also wir laufen mit einer stoppuhr los und laufen eine bestimmte strecke das kann um den häuserblock sein das kann im park oder weit sein eine minute lang so schnell wie möglich nach einer minute machen wir eine pause wir messen den puls hier nach fünf sekunden müsst ihr mindestens bei dem pulsschlag von 14 sein dann macht er eine pause und wiederholt das jeweils zweimal das steigern wir auf zwei minuten und auf drei minuten im laufe der zeit und dann habt ihr euch optimal vorbereitet für das boxen